Nice! Wir sind in Marukai und dieser Dungeon ist die komplette Zone. Das heißt, wir sehen zwar nicht viel auf der Karte, aber hier haben wir ja vorhin noch gequestet. Und wir müssen uns hier mit Drachenfliegen fortbewegen. Mal sehen, ob die Gruppe das weiß. Sieht nämlich nicht so aus mit dem blauen Protodrachen. Und wir sehen für die, die jetzt nicht so geübt sind mit dem Drachenfliegen, wir haben hier solche Winde. Und wenn man dann, ich sag mal, heftig reinscheißt, dann kann man in so einen Wind fliegen und wird wieder hochgeschossen. Ja, wäre also Angst da, ah, mit dem Drachenfliegen, ich werde da nicht so warm mit, bin da nicht so gut mit, na, das ist gar kein Problem. Weil, da hat Blizzard ein bisschen mitgedacht und so muss dann die Gruppe nicht eine halbe Stunde warten, bis jeder angekommen ist. Ja, derweil sind die Zentauren eben im Krieg. Wir haben viel gehört von diesen Verrätern, haben wir ja auch einige Mitschnitte noch in der Alpha-Playlist. Und Okir sagt hier Bescheid. Er kann keine Krieger entbehren und hier flattert der erste Boss rum. Ich würde dann hier mal in die Gruppe reingehen. Problem ist nur, ich weiß nicht, ob alle da sind. Und ich weiß auch nicht, ob unser Heiler den Bug hat oder nicht, aber das sehen wir jetzt gleich. Testen wir das dann mal einfachsten. Ja, und diesen Drachen sieht man auch schon rumfliegen, bilde ich mir ein, ne. Erstmal Level abgegönnt. Ich meine, diesen Drachen hat man auch in der Zone schon gesehen. Aber den müssen wir erstmal runterkriegen. Das heißt, wir müssen doch ein bisschen trashen und diese Ballisten holen, ja. Diese Drachentöterlanzen, die ja ziemlich bekannt sind bei diesen Gegner-Zentauren hier, ne. Wir hatten viele Clans, dann war ein großes Treffen mit allen Clans und einer war der Verräterische. Die haben dann mit den Primalisten zusammengearbeitet und die Primalisten wollten das vor allem, weil dieser Clan eben Drachentöterlanzen besitzt, ja. Und die wollen wir jetzt quasi zurückerobern und mit deren Hilfe dann die Primalisten wiederum runterknallen. Dann hängt also alles ein bisschen zusammen, ne. Läuft also. Kann es auch sein, dass der Zwielichtdrachenschwarm zurückkommt und Chromatus als Boss bringen würde. Das wäre dann so ein Zusammenhang, der zum vorhin angesprochenen Chromatus ganz gut passen würde. Ja, und denkbar ist das auf jeden Fall nicht. Erinnert euch an die Inse-Expedition. Da hatten wir Neruba, da hatten wir Zwielichtdrachen, da hatten wir Diener von Helja, da hatten wir Vrykul von der Blutgischtflotte. Eine riesige Flotte, die irgendwo auf den Meeren von Azeroth rumdümpelt. Also wer sich da mit den Inse-Expeditionen noch nicht auseinandergesetzt hat, da hatten wir auch schon Infos zu Furorion und dass er die Dracheninseln sucht, kann ich unter diesen Gesichtspunkten nur nochmal empfehlen. Und sind natürlich auch die Videos in meiner Lore-Playlist auf YouTube. Von daher, ja, ist das durchaus denkbar, während unser Heiler schon wieder dezeht. Wieso dezehen hier alle Heiler? Was ist das? Was ist das, Bruder? Das ist wirklich unangenehm. Vor allem, wenn wir so einen schönen Flow haben. Aber gut, wir versuchen mal noch weiterzumachen. Aber mein Wunsch heute war, dass wir einen von drei Dungeons einfach nochmal spielen können. Und ich hoffe wirklich, dass der Bruder jetzt stabil drin bleibt. Ah, sind alle bei Vodafone, ne? Es ist unfassbar heute, ja. Können die Spieler natürlich nichts dafür, ne? Völlig klar, aber... Ey, ich mach gleich Bug-Report meiner Heiler-Buggen. Echt, Frechheit ist das. Heiler dürfen nur noch Evoker sein, ja. Alle anderen, direkt wieder rausgeschmissen. Ey, Mann. Das ist halt echt sad. Das ist sad für uns. Aber das ist halt auch mega sad für jeden, der einen Heiler testen will, Mann. Das ist halt ultimativ sad. Was da los ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wir haben jetzt alle Ballisten zurückerobert. Sehr cool, ich liebe das Konzept von diesem Dungeon. Und der Drache ist jetzt auch sauer. Die Ballisten werden besetzt, okay. Und ich schätze mal, mit denen müssen wir auch arbeiten, ne? Ich schätze, ja. Ich würde jetzt mal reingehen wollen. Oh, wait, wait, wait. Wir haben noch was geedit. War noch eine Patrouille. So viel zu, man kann hier den ganzen Trash überfliegen am Arsch. Der Trash kommt nämlich zu uns. Die Zentauren sind natürlich schnell, ne? Da kommen schon die nächsten Gruppenteile. Oh, Junge. Wir haben keinen Heiler. Das wird abenteuerlich. Aber das war heute eben so wie allen Dungeons so, ne? Sehr, sehr große Dungeons. Obwohl der hier das nochmal toppt, ja. Wenn die anderen Mega-Dungeons waren, dann ist das hier ein Ultra-Dungeon von der reinen Fläche her. Und da hatten wir ja auch so ein überfallenes Fischerdorf von den Tuskar. Und da standen überall Gnolle rum. Und egal, wo du lang bist, ey. Überall. Überall waren Gnolle. Und sobald du einmal gepennt hast, sofort wieder volle Gruppe am Arsch, ja. Also wirklich fürchterlich gewesen. Ganz, ganz schlimm. Lässt du dir das Gruppen-UI auch verschieben? Da können wir gleich gucken, während wir versuchen, unsere Gruppe wieder irgendwie auf Vordermann zu bringen. Hier wird schon unterbrochen. Jawohl. Die Dicken sind natürlich gefährlich. Die Ads hier. Viele Voids, viele Cars. Und ich gehe mal in den Bearbeitungsmodus. Und das scheint sich erstmal nicht verschieben zu lassen. Das muss aber nicht unbedingt was heißen gerade. Weil, da sind sie ja noch am Basteln. Würde mich schon wundern, wenn das jetzt als einziges irgendwie festbleibt. Das und das Gruppensuchauge. Also würde ich von ausgehen, dass da auch noch ein bisschen was kommt. Generell ist ja die Gruppe jetzt auch zum ersten Mal überarbeitet worden. Diese neuen Lebensleisten, die waren ja zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, auch noch nicht. Von daher denke ich mal, das kommt noch. Ich schätze mal, wir müssen trotzdem diese Ballisten benutzen, wa? Finden wir jetzt raus, Leute. Let's go. Lang genug gewartet, dass ein Album erscheint. Und darum reilen into Granit mit Y. Waren sie wieder besonders kreativ, ne? Finde ich gut. Ja, Schaden sieht ganz gut aus. Er beschwört irgendwelche Steinfragmente, die krachen runter. Da sollten wir raus. Tektonisches stampfen. Und er ruft auch Ads. Saboteure. Ah, die wollen hier unsere Ballisten vermutlich kriegen, ne? Oh, shit. Okay. Und wir sehen schon, die Challenge ist es irgendwie, allem auszuweichen und dabei diese Saboteure kaputt zu machen. Ah ja, und er wirkt jetzt diese Eruption. Die wird immer stärker und wir müssen die unterbrechen. Mit den Ballisten. Und das, wie es scheint, ein bisschen schneller. Das heißt, wenn ich hier jetzt drücke und das überlebe. Butz. Drachentöterlanze. Das Stunt ihn. Okay. Und es reicht dann anscheinend auch, eine Balliste von den Saboteuren befreit zu haben. Weil, dann muss man nicht alle permanent machen. Dann reicht es, eine Balliste freizukriegen für diese Phase. Und dann muss man hoffen, dass sie nicht nochmal kommt. Das ist dann auch schon alles. Ja, unsere DDs versuchen da ihr Bestes. Ich bleib mal am Boss dran, ne? Ich zieh den nicht zu euch. Sonst gehen im blödesten Fall die ganzen Fähigkeiten auch noch auf. Die paar DDs, die jetzt noch leben, Mann. Das wäre unangenehm. Und die ist ja auch noch frei hier. Da jetzt allerdings noch ein Saboteur gespawnt ist, gehe ich mal stark davon aus, dass das halt nicht mehr lang der Fall ist. Ich laufe jetzt zu der. Die ist nämlich noch frei. Die ist unsabotiert. Boom. Und die Drachentöterlanze heißt nicht umsonst so. Ja, der hat Arme. Die sind aber zu kurz. Im Grunde ist das Bernd das Brot als Drache. Sehr nice. Okay. Sehr nice. Sehr nice. Ja, jetzt müssen wir nur gucken, dass alle wieder rankommen. Und dann hoffe ich mal, dass wir mit den nächsten Bossen auch gut klarkommen. Die sind wieder aufgeladen. Können wir die jetzt nicht auch gegen den Trash benutzen? Nee, oder? Die sind jetzt halt so rumgedreht. Mal sehen. Bam. Wow. Krasser Effekt. Okay. Habe ich mir fast noch cooler vorgestellt. Aber das geht ja fast gar nicht. Jo, dann warten wir jetzt, dass wir uns wieder ein bisschen sammeln. Ich hau mir ein bisschen Buffhut rein. Und hier ist das Gewitter. Jawohl. Da fliege ich mal nicht genau rein. Da sollten wir, glaube ich, schon ein paar Ads auch draußen mitnehmen. Sonst landet einer links, einer hinten. Einer sonst so. Und dann haben wir hier das ganze Dorf am Hintern. Wäre, glaube ich, auch nicht sinnig, ne? Klar, Nukut hat mit Onaras Elite einen Sturm beschworen. Einen Avatar. Blassemie. Der Sturm muss besänftigt und das Elementar in ihm bezwungen werden, bevor Klein-Onier sich der Kahnarm anschließen kann. Die Verbündeten der Primalisten haben Totems platziert, um den Sturm zu schützen. Ah ja, die müssen wir kaputt machen. Also so ähnlich wie gerade die Geschichte mit den... Wie heißt das denn? Mit den Ballisten. Na, na dann. Gehen wir mal rein. Wir haben hier stürmische Anbeter. Das heißt, wir werden ein bisschen mehr kicken müssen. Ein bisschen mehr ausweichen. Jawohl. Jetzt sind hier nicht gerade die brutalen Vollstrecker. Sondern jetzt sind hier die Kasser. Hör mal. Frechheit. XK, der 34. Vielen Dank. Da geschön, da geschön. Es sind aber auch noch nicht alle da, ne? Müssen wir noch einen kleinen Moment warten. Beziehungsweise ist das Scaling ja gerade noch aushaltbar. Wir können ja... Da kommt unser... Unser Pally angesegelt. Jawohl. Und der Heiler ist deced. Oh nein. Der Heiler ist schon wieder weg. Was ist denn das? Liegt das wirklich an der Rolle? Das ist ja unglaublich. Was muss man denn im Quellcode durcheinander bringen, damit alle Heiler regelmäßig die ziehen? Das ist ja nur krank. Also es muss ja so sein, ne? Aber was zum Fick, Mann. Was zum Fick. Die ganze Rolle ist verpackt. Yo, excuse me. Was soll denn das? Tja. Wir können jetzt versuchen, ihm wieder eine Chance zu geben. Aber er ist jetzt Nummer 4 oder 5. Von daher sehe ich die Chance jetzt als relativ gering an, dass sich diesmal irgendwas anders gestalten wird. Aber tja, so brauchen wir... Boah, wie cool ist die Exe da. Für jeden Boss wohl einen eigenen Heiler, wa? Oh, das war jetzt unterschiedliches Pullen. Bin ich nicht so der Freund von, wenn wir keinen Heiler haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber möglicherweise hat das unsere Gruppe auch einfach nicht gesehen. Könnte er auch sein. Zumindest sind wir jetzt in der Nähe vom letzten Totem. Und ich hoffe, dass noch nicht alle DDs tot sind, ne? Den kann ich vielleicht mal stunnen. Geht nicht. Während er das Totem auflädt. Das kackt jetzt hier irgendwelche Voids mit aus. Okay. Naja, mehr als Rumherz stoßen und Siede bluten kann ich auch nicht, ne? Mal gucken. Wo ich eben über den Zwielichtdrachenschwamm nachdenke, könnte ja auch potenziell Todesschwinger als Boss wieder zurückkommen. Gerade wenn man überlegt, dass Galakrond eventuell wiederbelebt wird. Ja, Frage ist bei Todesschwinge eben, was von ihm übrig geblieben ist, ne? Als er mit der geeinten Macht der Aspekte im Tiefenheim oder über dem Tiefenheim im Mahlstrom zerfetzt wurde. Da blieb ja nur so leuchtendes Konfetti. Also das ist eher so eine Geschichte wie bei Varian, ne? Ist da noch was übrig? Und wenn, wo ist das gelandet? Darum ist Todesschwinge so ein Kandidat, ja, vom Ausgrabenfaktor her, denke ich, schwierig. Und auch vom generellen, was haben wir an Resten da, die wir benutzen können, auch schwierig, ne? Bei Galakrond hast du zumindest das Skeletterliegen, bei dem ist auch letztendlich ungeklärt, welche Verderbnis ihn dann quasi benutzt hat, ne? Was da um sich griff, war es die Leere oder war es irgendein anderes Fäulnisübel? Hängt es sogar mit diesen Gnollen zusammen und den Fäulnissprechern, die wir jetzt jüngst kennengelernt haben? Da ist ja noch ein bisschen mehr offen, auf das man sich quasi stürzen könnte. Aber Todesschwinge würde mich sehr überraschen, zumal wir ja schwarze Drachen auch wahrlich zur Genüge wieder ausgegraben haben. Unmöglich ist dennoch natürlich nichts, ne? Das sind auch nur meine Einschätzungen, die sind jetzt nicht mehr wert als Euro oder so. Der DD hat jetzt auch einen DC, jawohl, geil. Es greift um sich, Leute. Es verbreitet sich. Um Gottes Willen. Und da kommt die Patrouille mit dieser fetten Donnerechse, Mann. Donner Bestie der Primalisten. Ich sag's, wie es ist. Ich glaube, diese Patrouille wird uns mies hops nehmen, Leute. Ich glaube, die werden uns hops nehmen. Deswegen nehmen wir die jetzt mal nicht mit. Aber sieht das hier oben besser aus? Ich weiß nicht. Die Sturmrufer-Zari. Das ist irgendein Named-NPC. Naja, bevor wir gar nichts machen. Wir können ja noch versuchen, das letzte Totem hier zu holen, wa? Und dann gucken wir, dass wir noch einen neuen Heiler suchen. Ich ziehe hier einfach mal alle CDs und dann wird das schon irgendwie werden. Hoffe ich zumindest. In den Hauptstädten hängt noch ein Stück Fleisch. Da hängt eine Schuppe. Das stimmt. Eine Stuppenschuppe. Aber auch da ist dann die Frage, wie viel Todesschwinge steckt da drin? Der hat ja seinen Panzer auch austauschen lassen, wenn man so will. Hat sich dann von diesem Elementium-Schuppen ja ermächtigen lassen. Aber das ist ein guter Ansatz. Da haben wir noch so ein Stück. Wenn das geklaut wird in der Nacht-und-Nebel-Aktion und da versucht man den Geist dran zu binden. Deswegen, unmöglich ist das nicht. Aber ein bisschen weird wäre es schon. Aber weird hält die Entwickler nicht auf. Insofern abfahrt. Wir machen ihn doch mal. Und gucken, was der Kollege so drauf hat. Bleiben die Blitze aktiv? Oh Gott, sagt kurz so aus. Okay, zu nah ran an ihn darf ich nicht. Da ist so eine Fläche, die man nicht betreten sollte. Er castet Blitzschläge, die man nicht kicken kann. Und er beschwört diese Kugeln. Ich darf als Tank auch nicht zu weit weg. Ich mach mal meine Anti-Magische an. Diese Kugeln kann man einsammeln. Die machen Schaden und geben einen Debuff. Der Debuff ist stapelbar und erhöht verursachten Schaden wie auch hervorgerufene Heilung. Kann man also überlegen, ob man die einsammelt. Das kann sie auf jeden Fall lohnen. Diese Effekte sicherlich nicht überlappen. Jo, mehr Defense. Bisschen Vampirblut rein. Und vor allem, wenn man das stacken kann, sollte man ja am besten immer schauen, zumindest die DDs, die das, ich sag mal, ein bisschen drauf haben, die das eingespielt haben. Dass man dann immer so eine Kugel nochmal nimmt, kurz bevor die von vorher ausläuft. Dann sollte das ja eigentlich kein Problem geben. Dann steckt man immer diesen Schaden weiter hoch. Und vor allem ging es während der Anti-Magischen, ne? Ne, tatsächlich nicht. Ah, die ging. Und die? Die auch. Okay. Jetzt kommt der Sturm. Da kriegen wir sicherlich einfach nur in die Schnauze. Jo. Verursacht Schaden. Das ist so der Soft Enrage, ne? Deswegen die Kugeln, dass man den eigenen Schaden der Gruppe pusht. Im Idealfall, bevor diese Phase kommt, I guess. Oder man muss dann eben wirklich sehr, sehr heftig zusammenstehen. Ja, wie beim Säureregen hier, beim Seuchensturz-Endboss oder so. Sagt der Heiler auch gerade, wir waren ein bisschen sehr verteilt, ne? Dann ist das natürlich weniger cool. Aber geiler Boss. Mir gefällt das, dass man selber so ein bisschen kalkulieren kann, wie man mit diesen Kugeln arbeitet. Was ich sehr schön finde als Decay ist. Ich kann Anti-Magische ziehen, laufe da rein, verzichte auf den Schaden und kriege aber trotzdem den Debuff, der meinen Schaden erhöht. Den verursachten. Das ist natürlich sehr sick. Was haben wir hier? Effekt, es scheint eine Menge Regen auf den Dracheninseln zu geben. Persönliche Regenwolke. Habe ich jetzt wirklich so eine Wolke über mir? Das wäre ja ultra nervig. Ne, ne? Das sind die Wolken, die hier so rumpulsieren. Aber die Regenwolke hätte ich gern IRL, Junge. Dies ist der Dauerzeit ein bisschen länger, aber dafür stehen wir nicht gleich wieder am Anfang. Auf jeden Fall brachte dieser Windgeist, diese Onare, nach der diese Ebenen auch benannt sind, dann die Zentauren hierher. Und die teilten sich eben auf in Jägerclans und Kultistenclans und kriegerische Clans und so. Und da diese Kultur eben alle irgendwie verbindet aufgrund der gemeinsamen Geschichte, wissen halt die Gegenspieler gerade sehr, sehr gut, wo sie eben ansetzen können, um die Truppen geistig zu brechen. Ja, jetzt nehmen wir die Patrouille auch hier mit. Ich schätze nämlich, das war die gerade. Ist ja jetzt nicht so, als würde unsere Gruppe hier mies sabotieren. Manchmal sieht man es eben einfach nicht besser und dann ist das halt ärgerlich. Aber steckst du halt nicht immer drin. Ne, finde ich, ist es dann auch so ein bisschen Aufgabe vom Tank zu sehen, wo sind hier Schwierigkeiten und wo kann man ein bisschen mehr mitnehmen. Und dann bin ich ja auch eher der Spieler, der dann guckt, dass man lieber einmal mehr was mitnimmt, bevor dann irgendwer die Abkürzung verkackt, weil die gar nicht so allgemein bekannt ist, wie viele denken. Und dann ein bisschen mit der Abkürzung hinterher langsamer, als wenn du die einfach so mitgenommen hättest. Gibt es ja auch immer mal wieder. So, Freunde, den grabbe ich noch ran da. Und dann gehen wir nochmal in diesen netten Mob hier rein. Haben auch hier viel zum Ausweichen, viel zum Unterbrechen. Jawohl, also nervöser Finger an der Kicktaste. Ist hier bei den Kollegen wirklich eine gute Sache. Sie holt sich jetzt Leben wieder mit diesem Siphon. Konnte jetzt aber nicht erkennen, ob sie das von ihren Ads abgezogen hat oder von uns. Je nachdem sollten wir da natürlich rauslaufen. Oder erstmal die Ads töten. Und dann soll sie die eben aussaugen. Scheißegal, dann nuket man die danach weg. Da müsste man nochmal gucken, aber sehr interessante Mechanik. Chris, Hallöchen. Hier haben wir auch eine Patrouille. Ich schätze schon, dass die zusammenhängen, oder? Ja, die kommen tatsächlich von allen Seiten. Von nah und fern. Mal sehen. Der nächste Seelenernter. Vielleicht haben die alle so eine Fähigkeit. Oh, das ist was anderes. Dann könnten wir das nochmal begutachten. Aber spannend. Da haben wir es. Ja, Siphon. Steht aber leider auch nicht da, ne? Kein Buff oder so, den man lesen könnte. Müsste man jetzt wirklich auf das Gruppenleben achten. Fakt ist eben, er heilt sich gegen. Weswegen man sich, denke ich, erst um die Ads kümmern sollte. Und dann kann man, glaube ich, diese Fähigkeit ganz entspannt weiterspielen. Sollte sie nochmal kommen. Also jetzt auf NHC eher nicht, aber im Mythischen gerade dann mit verstärkt oder whatever. Willst du natürlich schon gucken, dass die Ads ein bisschen schneller umfallen, ne? Wäre, glaube ich, ganz geil. Find's auch geil, dass wir jetzt so lange auf den DD warten. Alle, die mit uns drin waren, sind bisher DC, hat sich rumgesprochen. Keiner will mehr mit uns Dungeons laufen. Scheiße, Mann. Da haben wir so einen Windschlag. Das werden die Vögelchen machen, die ja auch aus ihrer Grabesruhe geweckt wurden. Sehr, sehr asozial. Und dieser Seelenrufer, der hat nicht mal seinen Siphon durchbekommen. Guck mal, zack. Ist er umgefallen. Ah ja, und da hinten schreit das gerade nochmal. Mit diesen Ahnengeistern unter unserer Kontrolle werden wir unaufhaltbar sein. Denn diese Ahnengeister sind ja jetzt nicht nur Ahnen, ja, sondern ihr ahnt es sich ja bereits. Sie sind auch sehr, sehr stark als die ersten Vertreter dieser Art hier. Das ist aus unserer Ebene geworden. Damn, wollen wir da rein? Oder warten wir noch? Auge sucht. Naja, wir machen das in Unterzahl, wah? Wenn nicht zerreißen die uns halt. Wild time. Gut, zwei Bosse. Hallöchen, ich maunte mal ab hier. Dachte ich. Ah ja, und da sind sie schon. Die hatten gar keinen Bock auf mich. Geil, Mann. So, da kommt ein Geistersprung. Sie entfernt sich. Sie ist aber auch die Jägerin. Er wirkt Metzeln. Das ist ein fetter Schlag nach vorne. Sollten wir nicht unbedingt in die Gruppe drehen. Und erinnert gerade so ein bisschen an den ersten Boss in der Bastion. Das ist ein Vier. Okay, da wäre der Lichtritter jetzt ganz schön gewesen. Vielleicht hätte man den aber auch kicken können. Bei der kurzen Wirkdauer. Oh, oh, oh. Wirbel, den man ausweichen muss. Dazu dieser Erdspalter. Um Gottes Willen. Yo. Yo. Wie viele Fähigkeiten haben die beiden? Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass es die Ahnen sind. So schlimm habe ich das zwar nicht erahnt. Aber ach du Scheiße. So, jetzt kommt der. Kann man nicht kicken. Fuck. Dann muss man wirklich zügig rauslaufen. Dann, sie ruft jetzt wieder die Winde. Alles überschneidet sich einfach. Einzige Gegenwelt ist an der Stelle. Wir jetzt ein bisschen gucken, dass sie als Tank den Mob vielleicht so ziehen kann. Dass er nicht mit den nächsten Fähigkeiten in die Gruppen haut. Den können wir kicken. Okay. Sie beschwört auch einen, wie hieß das? Guardian Wind. Den kanalisiert sie dann auf den anderen. Haben nicht gesehen, ob sie ihn heilt. Aber sie kickt dann von ihm auf jeden Fall zurück. Den block ich mit der Antimagischen. Und das ist natürlich auch sehr reudig, weil dann die Milis nicht rankommen. Da muss man sie quasi kicken. Aber der Vier von ihm ist ja auch so ätzend, Mann. Die kurze Wirkzeit, ganz, ganz schlimm. Sie verpisst sich wieder. Ich meine, uns fehlt gerade ein DD. Die wären jetzt schon tot. Die wieder kicken. Die wären jetzt schon tot. Aber dieser Kampf wird gefühlt nicht weniger chaotisch. Plus sie haben bestimmt auch wieder so ein Save. Das heißt, wenn man denkt, oh Junge. Wenn man jetzt denkt, ich löte einen schnell aus dem Leben. Ja, am Arsch. Am Arsch. Dann wird der andere bestimmt stärker. Weiß wir nicht, wie viel wir davon jetzt sehen, weil unsere Gruppe sehr schön konstant runterspielt. Und vielleicht war Blizzard ja gnädig. Und sie haben so eine Fähigkeit nicht. Sondern die teilen sich einen Livepool. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. War eine Menge anderer Stuff los. Jo. Aber mega cooler Bosskampf. Wow. Konnte man nicht ahnen, dass die so eskalieren. Aber sehr, sehr cool gewesen. Top Ebayer gerne wieder. Okay. Dann machen wir uns auf zum letzten Boss. Und hatten heute nicht einen Dungeon, der normal lief. Immer in Unterzahl. Immer NHC Tryharden, Junge. Richtig mystisch auf jeden Fall. Was haben wir hier? Die Himmel sind erfüllt. Oh, mit diesen Blitzen. Und dann, oh boy, wo lande ich jetzt? Okay. Ich schätze, da müssen wir hinlaufen. Oder er hat so eine Gewitterfront beschworen, wo wir nicht mit den Drachen weiterkommen. Das heißt, es fängt hier schon an. Aha. Wir bambuseln die ganze Thematik. Hör mal. Ausgezeichnet. Hier sieht es nach einem ordentlichen Wolkenbruch aus. Jawohl. Und auch nach dem bösen, bösen Dorf, Junge. Da sind wir drin. Ja, Maveritt ist irgendwie kurz an der Tür. Und der DH schreibt das auch nochmal. Normale Mounts müssen wir nutzen, sonst werden wir zurückgekickt. Yo. Okay. Dann hat das doch funktioniert. Ich glaube, hier bin ich richtig, oder? Scheint so. Weiß noch nicht. Ach, er will da drüben lang. Okay. Skip hier. Ja, maybe sollten wir damit warten, bis alle da sind, oder? Oh Gott, so viel Trash. Das willst du alles überspringen. Das geht sowas von schief, Bruder. Aber da hinten wird die besagte Gottheit gefangen gehalten. Und ich gehe mal stark davon aus, dass das auch Einfluss auf den Endbosskampf hat. Würde jetzt hier aber gerade warten, bis Maveritt seine Pizza geholt hat oder whatever. Maveritt hat es hinbekommen. Sagt aber Eds. Ah ja, dort. Oh, ja, das mit dem Skip ist, wie wir es vorhin besprochen haben. Wenn die Dungeons noch nicht bekannt sind, ist das mit dem Skippen immer so eine Sache. Den kann ich da auch gerade gar nicht kicken. Klingt sehr unheilvoll, was er da kanalisiert. Aber an sich, ihr habt es gesehen, einfach rechts am Tor vorbeispringen und dann auch wirklich rechts halten. Ob das so in die Live-Version kommt, das ist nochmal eine andere Frage. Weil auch diese Daten werden sie auswerten und wenn sie keinen Bock haben, dass man die skippen kann, dann stellen sie dann noch einen Wachhund hin oder so einen Bums. Aber ja, ansonsten rechts am Tor vorbei, ein bisschen an den Bergen hüpfen und dann kann das gehen. Aber Skips sind immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Von daher bin ich gespannt, wie das gespielt wird. Ob man doch durch die Eds vorne durchmarschiert. Ob wenn es ein Plus gibt, ja. Ob wir dann quasi diese Eds hier hinten mitnehmen oder vorher ein bisschen mehr machen. Mal gucken. Jo, alle da, ne? Alle vier. Okay, dann gucken wir uns Balaka Khan doch mal an. Den Reudigen. Okay, mit dem zweiten Monat. Vielen Dank. Dankeschön. So, ich gehe gleich mal in die Runenwaffe. Der ist aber auch groß, ne? Kein Wunder, dass das hier der Krieger-Clan ist. Der vor allen anderen nach Macht strebt. Der gibt mir eine Blutung. Und der nächste wilde Heap macht 500% mehr Schaden. Aber die läuft schon aus, die Blutung jetzt vom nächsten, oder? Ja. Da ist jemand markiert. Den visiert er an mit einem Sperr. Okay, und den Sperr... Ah, da chargt er dann wieder hin. Oh, shit. Oh, okay. Da kann man quasi die Richtung bestimmen. Oh, damit müssen wir ihn bestimmt in seine eigenen Sturmwächter reinchargen lassen, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wäre vielleicht ein Versuch wert. Wobei die auch geschützt sind, ne? Wenn die Adlermutter ihre Macht nicht schenkt... Warte, was? Ihre Macht nicht verschenkt. Ja, dann werde ich sie mir eben nehmen. Was passiert jetzt? Jetzt sind die Ads aktiv. Okay, Boss ist immun. Ads sind aktiv. Dann mache ich mal hier meinen Mass-Grip. Und jetzt vermisse ich meinen Tauren-Aoes dann von der Volksfähigkeit. Wir haben viele Blitze. Erinnert an das Sturm-Elementar. Den ziehen wir so ran. Den kicken wir so. Like this sieht das doch ganz gut aus. Jetzt sind die Ads kaputt. Nichts mit Fähigkeiten, die man in die lenkt. Aber er ist jetzt zusätzlich verstärkt von der Macht, die er geklaut hat. Bin gespannt, ob unser Vögelchen überlebt. Leitender Schlag, Naturschaden und Donnerschlag macht 500% mehr Schaden. Sollte also aufpassen, dass ich davon jetzt keinen in die Schnauze bekomme. Da wird wieder ein Speer geworfen. Diesmal ein statischer Speer. Jawohl. Oh, der zieht uns ran. Und dann rennt er rüber. Okay, da muss man also schnell raus. Magnetischer Speer. Ja, sehr unangenehm. Und der Tank-Schlag funktioniert auch auf Range sehr gut, wie wir es gerade bewundern konnten. Davon abgesehen aber bisher recht angenehmer Fight. Wir hinterlassen irgendwelche stürmischen Voids. Und Wusin mal wieder zur Seite raus. Jawohl. Zerfetzt und aufgespießt. Bisschen gucken, wo er das nächste Mal was hinschmeißt. Aber wird nicht mehr nötig sein, würde ich sagen. Sehr nice. Angriff der No-Kut. Gut, haben wir fertig. Und unser Drakteur hat mich jedoch in Sicherheit geflogen. Ja, GG. Sehr cool. Ich kriege fette Schultern, Leute. Yo, die sind wirklich lecker. Ey, dafür, dass das Dungeon-Loot ist. Ja, moin. Hat auch ein bisschen was von Todesschwingel. So, Adlergeist. Sag mal an. Bist du wieder happy? Sie lebt zumindest noch, ne? Verwundet. Ihre Kraft schwindet. Aber wir haben die Quest jetzt fertig. Könnten die abgeben. Bekommen da auch schöne Ringe. Und dann wissen wir Bescheid, ne? Sehr nice. Mysterioso. Hi. Cool. War auf jeden Fall ein cooler Dungeon. Waren coole Fights. Gefällt mir auch diese ganze riesige Aufmachung mit dem Drachenfliegen und so. Wirklich nice. Sehr gespannt, wie der sie entwickelt. Und wie die Community dann im Großen in der Live-Version damit umgeht, ja. Das war diese Mal in Deutschland. Auch in der letzten Woche.